Idyllisch am Fuß der Weinhänge und gleichzeitig zentral gelegen, garantiert Ihnen das Stadthotel Weinsberg in Stuttgart-Feuerbach einen angenehmen Aufenthalt. Viele Stammgäste, vom Handwerker bis zur Führungskraft, schätzen das Ambiente und die familiäre Atmosphäre unseres Hauses. Unser Personal identifiziert sich mit dem Haus und bietet Ihnen stets einen zuvorkommenden Service. Unser geräumiger Tagungsraum ist für Veranstaltungen in jeder Art wie Geburtstage, Familienfeiern oder Hochzeiten buchbar. Telefon und WLAN ermöglichen uneingeschränktes Arbeiten. Kingsize-Betten, Minibar und Farbfernseher sorgen in unseren bis zu 20 Quadratmeter großen Zimmern für den nötigen Komfort. In unserem Wintergarten und auf der dort angeschlossenen Terrasse können Sie entspannt den Blick über die Dächer Feuerbachs bis hin zum Kielesberg schweifen lassen. Wir bieten internationale und regionale schwäbische Küche, wie hausgemachte Maultaschen, Ochsenschwanz-Ragout und Kuddeln. Auch Urlaubsgäste schätzen das kulinarische Angebot und die gute Lage in unmittelbarer Nähe zu vielen kulturellen Veranstaltungen, wie das Reit- und Springturnier, das Porsche-Museum und die Cannstatter Wasen. Auch unser Restaurant kann für Veranstaltungen gemietet werden. Ein Besuch bei uns fühlt sich an wie nach Hause kommen. Wir freuen uns auf Sie!